ARD Text im Auftrag von Funk Ja, eine, eine Okay, der Raum hier ist clear Achso, du bist das, cool Nach links, momentan auch noch clear Rechts, 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 im rechten Gang sind Fläche Moment rechts im Raum Ja, ich, ich Mach rechts die Wand auf Weißlecht bereit, Fläche Ich hab ihn getötet Mit einem Dropshot sogar Er ist tot Ich bin fast tot Go, 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 go Sorry, 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 I was surprised He was in a corner I didn't realize Sorry My bad Jetzt ist deine Mutter erstmal beleidigt Ja, der kam, der war in der Ecke Plötzlich kommt der raus Ich so, w-w-w-w Ja, ja, ich hab's auch gesehen Ich war schon im Nachlander So, guckt einer nach oben Kann ich mit der Drohne übernehmen Ja, ich mein, wegen planten jetzt Einer muss oben sichern Ich stell mich da vor Und dann plant's dir Okay, um uns Ja Einer irgendwie nach oben schaut Gucke mal eine Drohne Meine Drohne im Treffenhaus Bei blau Ja, ich stehe dich Okay, behalte den Blick Christian, ich war bereit, wie du es bist Ich smoke ganz hinten durch, ja? Warte, warte Ja, ja, mach, mach, mach Jetzt ist rein Decken Ich bleibe exaktiviert Ja Oh Gott, C4, C4, C4 Alles gut, alles gut C4 vergangen Ich gehe ein bisschen zur Seite Nicht unnötig Vorherfalle schießen Ich hab sie gerade geladen Mit der Mira Fenster ist noch einer Ja, jetzt sind zwei Leute Ein Recruit Ja, da kommt rein Hier hinten irgendwo Ja, Sola, Sola Mira, noch einer Zwei Leute All two guys there Oh, sorry, sorry, sorry Klikkiss Ich bin raus Ich bin nicht extra Ich bin nur extra Das ist okay, ist okay Da spielt Twitch Ich hab's gehettet, aber ist nicht tot Oh, da ist noch mal Unten war einer Ich hab noch nicht mal richtig gezieht Aber irgendwie Da war einer, den hab ich gehettet, aber Mit Hass, einfach Ein Und ballert Oben, oben, oben Ah, war ganz knapp Unfass bekommen Ah, doch, ich merke, dass es Ich finde, man merkt schon, dass es nicht mehr so lange geht Nichts wird, wenn wir gehen woanders lang Ja, von oben Ja, von oben Ja, von oben Puls war das Ja, wie ist das? Ah, nee, witschel Witschel ist das gewesen Scheiß auf den Diffuser, glaub ich Nein, wahrscheinlich eben sehen wir ihn ab. Hat er gespottet? Ja, in der Welt geht dann wahrscheinlich irgendwo. Hm, nur sehe ich die nicht. Der Bandit ist wirklich low. Das war der Bandit. Der letzte ist on spot. Gepinkt. Ich hab da ein Loch. Ich werde wieder gepinkt. Ja, rechts, rechts. Warum habe ich nach links geguckt? Ich höre ihn rechts, gucke nach links. Aaaaaah. Dumm. Aua. Hä? Ich baller durch. Der kann dich gar nicht schütten. Chris, ich hab dich getroffen, sorry. Ich weiß, mir ist ziemlich viel Schaden. Hab ich viel? Ja, ich hab nur noch 64. Ein Schuss war es. Ich glaube Schulter oder so. Also in dem Bomben-Spot rechts neben dir ist einer auf jeden Fall. Kapkan und so. Auf A ist anscheinend nichts mehr. Keiner ist Geisha. Der dritte weiß ich nicht. Der dritte weiß ich nicht. Puls auf. Aaaaaah. Aber wie es geht. Rechts kann ich dir gleich noch hochheffen. So, Kapkan Falle gecleart. War geplant. Danke Michi. Einer ist auf dem rechten hinteren. Einer ist im Geisha. Der dritte weiß ich nicht. Der dritte könnte unter uns sein. Ich hab keinen Tod. Michi, Shotgun. Stell dich mit deiner Shotgun. Sehr stark. Achte auf die Tür. Achte auf die Tür links von Michi. Nicht da. Der genau auf die Tür. Die Tür. Echt? Da unten ist einer, ja. Achte auf die Tür links von Michi. Er hat halt durch die Wand bei mir geschaut. Genau gestoppt. Das war doch Problem. Da. Das war knapp. Schön, schön. Ich sag, Tapkan ist echt krass auf Close Range. Ich glaub, ich hör was upstairs. Tapkan. Ja. Der nehm ich gerade fast durch. Warum machst du mich her? Ich hab da nur den Gang gesichert. Ich hab doch gesagt, dass das was fair ist. Ja. Ich hab den Eingang gesichert. Ihr gesichert den Rest. Ich war mehr damit beschäftigt, die richtigen Passen bei der Störung zu drücken. Tschüss. Tschüss. Fusor ist in der Tür. Du hast eine Bombe gefunden. Mach deinen Weg zu der Position und defuse es. Fusor ist in der Tür. 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 Ok. Da ist ein kleines Loch, aber keiner. Ja, da piekt auch einer. Mw, mw. Diese kleine Snitches. Da hat er leider viel zu spät gemacht. Gut, ich hab's ja wackelt. Ja, mal bitte aufmachen. Ich hab da nix für. Ja, du hast hier. Aber warum piekt die auch? Ja, ich weiß nicht. Da ist noch einer. Auf der rechten Seite. Ich hab leider nix für aufspringen. Ich auch nix, leider. Wie gesagt, ich hab nix. Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Ja. Wir zocken seit zwei Wochen erstmal wieder Rainbow. Ja. Ach so. Ja, okay. Also, Mario. Wir konnten nämlich vor allem, weil wir in Japan waren. Ihr wart in Japan? Okay. Geschäftskreis. Geschäftskreis. Au. Ja, ja. Wir mussten ein paar Millionen treffeln, oder? Ja, ja. Bisschen, ja. Und mehr. Ja, ja. Ich verstehe. Kann ich verstehen. War das Bleck jetzt auf der Fall? Nein, das war, äh... IQ. Oha. Ich hör mal ab. Wahnsinn, ich komm von der anderen Seite. Ohohoho. Oh. Alter. Wie kann er an dir vorbeigelaufen sein, Chris? Ist er nicht? Oh. Ich bin wieder reingegangen. Bei mir bist du hier so vorbeigelaufen. Was? Ich komm doch in die Treppe und dann schott der vor mir. Nein, ich bin zurückgegangen. Wie bist du da durchgelaufen? Wie bist du da durchgelaufen? Du bist auch nicht jetzt bei mir diesen Gang lang gelaufen. Und dann stand BlackBead auf einmal vorgegangen der Treppe. Ich bin so, äh, was? Okay, ich bin aber halt auf die Kiste drauf. Dann hat BlackBead auf mich geholfen. Ich bin zurückgelaufen. In den Raum wieder rein. Und dann andersrum. Also hinter der Wand quasi den Trainraum da durch. Das ist das Kinderzimmer. Ja, das ist das Kinderzimmer. Durch den Baum. Ja, da bist du durchgelaufen. Ja. Und mir war es einfach vor der Wand, dann bist du durchgelaufen. Hä? Hä? Puh. Alter. So schlecht. Ich hab gehört Gruppen kuscheln. Ja, das ist mein Favorit, aber gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ey, hattest du nicht ein Auto? Ja, aber das wird gerade gewartet. Ach, du hattest dir ein Ding vom Leihwagen ausgesucht, oder was? Oh. Hm. Für wie lange? Ja, wenn, dann kannst du nichts dafür. Zwei Tage. Hey? ETF, Alex. Wie hast du denn so das... Hä? Ich verstehe gerade nicht, warum ich da an der Stelle gestorben bin, aber du nicht. Ich hab' den Schuh her gesehen! Ich hab' den Schuh her gesehen! Ich hab' den Schuh her gesehen! Es ist mal hier. Ist das ne Pistole? Ja. Die gibt's im Top-Gut. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag' einfach ja oder nein. Nein! Äh, ja. Ach so, darfst du holen doch! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja. Tankverbot ist am Start. Zauern! Geil! Die Achterwanne geht so ab! Die Stänze mit der Gänse! Dämm! 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 Ähm! Dämm! Oh my god!